Was sehen wir jetzt hier? Ja, wir sehen jetzt ein kurzes, schnelles Programm von Schierleding. Wie alt sind denn die kleinen Schierdanser? Die sind zwischen 8 und 11 Jahren alt. Wie lange haben Sie es geprobt? Das Programm jetzt nicht so lange, jetzt nach den Ferien kurz. Deswegen, wir kriegen das aber hin. Also, jetzt los geht's. Aber ganz kurz noch. Und? Kann's losgehen? Jetzt kann's losgehen. Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 und die ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020